Wie erleben Sie diese Debatte? Ich finde, diesen Männern sollte man den Schwanz abschneiden. Ich bin ein kämpferischer Feminist und ich finde, die Frauen sollten endlich an die Macht. Wir haben 20.000 Jahre bewiesen, wir Männer, dass wir nur Scheiße anrichten. Und ich finde, jetzt sollte man mal der anderen Hälfte der Menschheit eine Chance geben. Haben Sie schon mal erlebt im Kolleginnenkreis, dass so etwas passiert ist, dass Menschen, Frauen oder vielleicht auch Männern zu nahe gekommen sind? Wenn ich es erlebt habe, dann habe ich eingegriffen. Dann habe ich den Leuten ins Gesicht geschlagen.